Jedes Oldtimer-Treffen ist etwas ganz Besonderes. Ganz besonders war aber das Oldtimer-Treffen Kaiser-Ausfahrt in Mandelstadt. Denn tatsächlich fuhren damals als Kaiser Wilhelm noch seinen unvergesslichen Schnauzbart und der Soldat seine Pickelhaube trug, die Bürger auch schon Motorrad. Zu sehen gab es auf der Wiese vor der Hopfenhalle natürlich tausende von höchst interessanten technischen Details. Petroleumlampen als Rücklicht, Trommelbremsen, Scheinwerfer mit Kabitlampe, Glützünder und vieles mehr. Trommelbremsen, Scheinwerfer mit Kabitlampe, Glützünder und vieles mehr. Trommelbremsen, Scheinwerfer mit Kabitlampe Vielen Dank.